hallo leute ich bin legendkiller und herzlich herzlich willkommen zu einem neuen video und wie ihr sicherlich schon auf anderen youtube kanälen gesehen habt gibt es ein neues update in csgo es gibt eine neue waffe den r8 revolver ist eine waffe die in den slot kommt von der desert eagle hier steht auch neue waffen inventar finde ich gar nicht so schlecht die animation wir rüsten die waffe einfach mal aus und das ist einfach eine waffe die ihr hier statt der desert eagle benutzen könnt oder den slot der desert eagle packen könnt kostet aber 850 dollar was heißt man kann sich in den ersten runden vom matchmaking noch nicht leisten erst in der zweiten runde ich habe die waffe persönlich noch nicht gespielt habe bis jetzt auch nur youtube videos gesehen und ja die soll wohl ziemlich overpowered sein denn wenn man ist die stärkste waffe in dem spiel die macht am meisten schaden am meisten armor penetration stärker als die awp und es gibt zwei modis man kann einmal mit links klick normal schießen und einmal mit rechts klick so im cowboy soll ganz schnell schießen und wenn man halt im cowboy style sag ich jetzt mal schießt die ganze zeit so schnell hintereinander schießt dann ist die ziemlich ungenau aber wenn man so normal per links klick macht da kann man auch dabei laufen kann man dabei springen und die ist immer noch ganz genau trifft den gegner was ich ziemlich op finde dafür dass das die stärkste waffe ist oder die meisten schaden macht die waffe und ja das war es eigentlich soweit zu der waffe es gibt natürlich auch eine neue kiste die revolver kiste und wir gucken uns am besten einfach mal zusammen die skins an es ist hier revolver case es gibt die fade naja muss man mal gucken wie das ingame aussieht so bin ich jetzt noch kein so fan von der waffe also von diesem skin hier gehen wir mal weiter wild planet mal finde ich hässlich wenn ich ehrlich bin oh christman web die finde ich nein also ich finde messer immer ein kümsen web finde ich halt immer in diesem skin ziemlich geil die waffe muss man auch mal gucken wie das ingame aussieht aber an sich finde ich das gar nicht so schlecht gucken die auge heißt die rico chat steht keine ahnung ja würde ich spielen würde ich jetzt nicht nein zu sagen finde ich jetzt nicht so hässlich oh gott okay die finde ich so vom design her ist gefällt mir das muss ich sagen ziemlich gut hier so ein bisschen ägyptisch sage ich jetzt mal oder so aus mittelalter vom style her gefällt mir wirklich gut muss sagen dann würde ich sogar vielleicht mal mit der p2000 spielen ich habe mit der usp ähm ja das heißt ich weiß nicht ob es am skin oder an der waffe liegt die waffe spiele ich kaum und so besonders finde ich halt auch nicht ist bestimmt wieder so ein blueskin äh blueskin ähm outbreak naja auch so ein typischer blueskin uh full world ich weiß nicht ich habe zuerst gedacht so warum hat das keine farbe aber hier das ist bestimmt irgendwie so gedacht als ob das hier radioaktiv irgendwie geladen ist als ob da die flüssigkeit drin ist und äh kann ich mir eigentlich in game ziemlich cool vorstellen muss ich sagen negef oh das gefällt mir aber auch so von den farben her vom design her so mit den ganzen schrägen alles da drin ähm gefällt mir also würde ich spielen wenn ich die waffe spielen würde äh keine ahnung das auf so einer awp auf einer galil könnte ich mir cool vorstellen uh 57 die gefällt mir auch was ist das pink lila skin also ich würde spielen das sieht für mich wie so eine mischung aus hier habt ihr irgendwie so das ist ein stück vom design und das ist irgendwie so ein anderes design für mich ähm naja gefällt mir nicht das sieht aus wie hier so ein zebra hals ey und das sieht irgendwie so aus wie lava feuer also gefällt mir nicht ne oh ok hier so ein pokéball unten dran ähm ja gefällt mir würde ich spielen alleine hier drum weil da ein a für a drin drauf ist ne wisst ihr jetzt wofür das steht ne wird das bestimmt kein anderer youtuber bis jetzt erzählt haben jetzt wisst ihr wofür das a steht für adrian gehen wir weiter tackle burner joa hier das feuer gefällt mir muss ich sagen grün hätte ich vielleicht nicht unbedingt als hintergrund genommen aber hier diese flammen style vom prinzip her gefällt mir das auch das bestimmt auch wieder ähm äh bluescreen blueskin geil boah die ak gefällt mir richtig würde ich sogar spielen das ist bestimmt am was ist das wohl für eine farbe pink oder so aber ja was ich eigentlich sagen wollte die ist bestimmt am anfang wieder übertriebensteuer je nachdem was das für eine kunde also was das für ein ob das pink ist rot oder so ähm könnte sogar rot eigentlich fast schon sein ähm naja auf jeden fall denke ich mal die wird am anfang so wie alle waffen übertriebensteuer sein genau wie die ganzen cases werden am anfang bestimmt ähm für 30 euro oder so weg gehen und deswegen werde ich auch gleich spielen ich kriege gleich wieder so ein drop hoffentlich kriege ich direkt eine neue kiste damit ich die verkaufen kann na lass mal gucken erstmal hier auf dem marktplatz anzeigen für was gehen die kisten dann weg boah ich wollte doch die kiste sehen kann man das nicht irgendwie hier machen preis absteigen die ak 300 ähm moment wir gucken mal eben was die kiste hier kostet ähm kisten bin ich grad blind pistolengewehrschrufe maschinenbehälter heißt das hier genau 5 euro lass mal gucken was sie am anfang gekostet hat am anfang ja 23 euro hätte ich das von anfang an gewusst ne aber ich saß halt in der schule mein handy war am klingeln war am klingeln also war am vibrieren die ganze zeit und ich denk so was ist da los was da irgendwas passiert oder so ja nachrichten schon die neue äh waffen skins gesehen alles gesehen voll geil es gibt eine neue waffe dann waren sie sich da am unterhalten in verschiedenen whatsapp gruppen ähm naja wir gehen mal weiter die skins durch shape wood naaa ne gefällt mir auch nicht da bin ich zwiegespalten muss ich sagen gefällt mir an sich aber ist halt wieder so ein ich glaube viele waffen haben es einfach oder skins liegen einfach daran dass sie auf der falschen waffe sind so vom vom grund herm design auf so nerave würde ich glaube ich schon feiern ja und da sind wir einmal durch also ganz ehrlich wenn ich so durch gucke nochmal also die crimson web finde ich geil ja auch finde ich auch nicht schlecht die finde ich scheiße die finde ich geil äh sagen wir mal 3 4 5 6 7 ja gut ungefähr jeder zweite skin finde ich geil ähm ja was auch neu ist ähm call of duty style sag ich einfach mal wenn ihr jetzt von jemanden getötet werdet dann könnt ihr oder seht ihr halt so ein replay so eine art killcam von dem typen der euch getötet hat aber ähm nicht im competitive nur im normalen demolition und casual match aus einem einfachen grund denn wenn wenn ihr jetzt competitive zockt der typ killt euch und ihr seht jetzt hier in der killcam dass da oben irgendwie teammate von dem äh gerade camp oder wie auch immer wartet dann ähm habt ihr ja voll den vorteil weil ihr sehen könnt aha da hinten ist einer oder der typ dreht sich jetzt um geht hier um die ecke sag ich mal um diesen felsen herum und ihr seht dann noch andere gegner dann könnt ihr das natürlich alles ansagen deswegen haben sie es nicht ins competitive reingepackt und ähm boah ich krieg grad hier whatsapp nachrichten im hintergrund ey und was auch neu ist man kann jetzt ähm casual kann man ähm voten dass man timeout hat das heißt ihr habt halt eine minute bleibt über das spiel halt wie einen normalen ähm wenn ihr kommt ich weiß nicht ob ihr irgendwie esl1 oder andere streams guckt ähm turniere halt von den professionellen spielern da können die auch immer voten nur pause und äh das gibt es jetzt auch man hat dann eine minute pause was auch noch neu ist ist ähm die rundenzeit wurde auf 1,55 ähm ich glaub runtergestellt ich glaub vorher hatte man zwei minuten ich weiß das gar nicht und der bomben timer ist 40 sekunden seht ihr die nachrichten sind wahrscheinlich auch alle die ihr hört das wahrscheinlich auch im hintergrund ähm alles von whatsapp ähm ja die bombe tickt jetzt 40 sekunden und die haben hier noch ein bisschen was am spraypattern und so gemacht aber das werden wahrscheinlich ich weiß nicht ob das so auffallen wird hauptsache oder das neueste eigentlich ist die waffe die es neu gibt da gibt es hier noch geschenke neu und ähm ja was auch ziemlich cool ist was ich gesehen hab die hühner tragen so voll die geilen sachen die haben irgendwie so einen kommigen weihnachtspullover gestrickten an und feiere ich doch schon hart ähm ja was noch neu ist ich glaub die haben wieder diese schnee animation oder wenn man gekillt wird dass ähm dass er wieder dieser rahmen um die ganze kill cam oder um diesen gegner kill cam drum ist und ähm ja das war eigentlich so gleich mal meine ähm eigentlich hab ich ja fast nur über die skins geredet meine ähm Bewertung zu den skins könnt ihr mir in die Kommentare schreiben ob ihr die kiste gedroppt bekommen habt ob die sie verkauft habt welche skins ihr geil findet und ich glaub es gibt auch neue Aufkleber ich weiß nicht ob man die hier irgendwo sehen kann ne finde ich gar nicht und ja dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs zusehen und ähm ja wie gesagt ich würde mich in meinem Kommentar freuen und ähm vielen dank fürs zusehen ciao